Herzlich willkommen zu unseren Live-Stories. Heute ist das Thema, für was es sich zu leben lohnt. Wir haben einen Gast, den Manuel Bühler. Und wer das ist, das seht ihr in diesen kleinen Einblicken hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Manuel, schön, dass du da bist. Wir haben hier gerade so ein paar Eindrücke gesehen von dir als ehemaliger Fußballprofi. Wie alt bist du heute? Wie lange sind die Sachen her? Sag mal so ein bisschen kurz. Ich bin jetzt 28 mittlerweile. Das heißt eigentlich im besten Fußballeralter. Aber musste vor fünf Jahren dann meine Karriere beenden. Also fünf Jahre bin ich jetzt raus. Okay. Ich vermute, du hast nicht erst dann irgendwie mit 20 angefangen, Fußball zu spielen, sondern natürlich schon von klein auf. Unsere Zuschauer sind jetzt, die meisten sind Teens, so zwischen 13, 17, 18. Erzähl mal ein bisschen so aus deiner Fußballerzeit. Wie ist es gekommen, dass du zum Profifußball gekommen bist? Ja, ich hatte eigentlich von klein auf so diesen Wunsch, irgendwann mal Bundesliga zu spielen und Profifußballer zu werden. Ich habe damit immer viel Positives verbunden. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Und darüber hinaus habe ich auch immer gedacht, ja, wenn man so dieses Fußballbusiness von außen betrachtet, dann ist es schon irgendwie begehrenswert, mal da auf so einer Plattform Fußball zu spielen, auch mit allem, was dazugehört. Und so kam das eigentlich, dass ich dann diesem Wunsch Raum gegeben habe, hart trainiert habe und natürlich alles reingelegt habe, was in meiner Macht stand, um das auch zu erreichen. Wo hast du angefangen und so deine Jugendzeit so ein bisschen? Ich habe beim kleinen Dorfverein in der Nähe von Tübingen, TGV Endringen, muss ich immer sagen, damit die Endringer zufrieden sind, wenn sie das irgendwo sehen. Ich bin dann mit 13 Jahren zum SSV Reutlingen gekommen, der nächstgrößere Verein in der Region. Und dort war es dann eben so, dass über die württembergische Auswahl ich ins Blickfeld gekommen bin von verschiedenen Bundesliga-Vereinen, unter anderem Hoffenheim, VfB Stuttgart, Karlsruhe, Nürnberg, 60 München. Also verschiedene Vereine, die da auf mich aufmerksam wurden und wo ich dann hingewechselt bin. Wir nehmen mal noch nicht zu viel vorweg. Heute, kurz so ganz Spoiler ganz nach vorne, heute bist du Sportmentor. Du bist mit Fußballprofis unterwegs, die Christen sind, die an Gott glauben und begleitest dich so. Welche Nummern hättest du jetzt so in deinem Handy drin von irgendwelchen Fußballprofis, die man vielleicht kennt? Ja, also mittlerweile sind es doch einige. Ich habe viel zu tun mit Felix Udukay zum Beispiel vom FC Augsburg, der jetzt auch seit neuestem Nationalspieler ist. Und mit Eduard Löwen von Hertha BSC Berlin, Enrico Valentini vom 1. FC Nürnberg, weil ich mit denen gemeinsam einfach ein Projekt aufbaue im Moment, Fußball mit Vision. Aber auch darüber hinaus gibt es einfach noch so ein paar Spieler, mit denen ich immer wieder in Kontakt sein darf, auch durch meine Arbeit. Ich weiß, dein Herzensverein ist jetzt nicht unbedingt Bayern München, aber jetzt auch einen Bayern-Spieler, weil den kennt man manchmal dann vielleicht so. Ja, also David Alaba wäre auch so ein Kontakt, aber ich rufe ihn jetzt nicht so oft an. Eigentlich gar nie. Eigentlich gar nie. Also so richtig Freundschaft zu manchen von diesen Profifußballern, manche einfach nur lose Kontakte. Spannend. Wir wollen in unseren Online-Team-Kreisen auch in diesen Live-Stories nicht nur über Manuels Leben reden, sondern wir wollen auch mit euch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ihr habt jetzt so eine erste kleine Fragerunde, wo ihr intern, ihr dürft jetzt auf Stop drücken und dann einfach wird euch euer Mitarbeiter, wenn ihr mehrere Leute seid, in kleine Gruppen verteilen. Und wir haben eine Frage für euch, so ein bisschen zum Reinkommen. Wer ist so eine Person, wo ihr sagen würdet, boah, eine berühmte Person, die ihr gerne mal kennenlernen würdet, die ihr mal treffen würdet? Wer wäre das für euch, okay? Wir geben euch ein paar Minuten, ihr drückt auf Stop und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Mich würde es tierisch interessieren, wen ihr mal so gerne treffen würdet unbedingt, keine Ahnung, ob Politiker, Sänger, Sportler, weiß auch, weiß nicht. Manuel, du hast Trikots mitgebracht. Tatsächlich, ja. Von so Vereinen, wir kommen dann ein bisschen drauf. Zeig mal, welche Vereine so deine Vereine waren. Ja, ich habe hier einmal ein Trikot mitgebracht aus meiner aktiven Zeit hier beim 1. FC Nürnberg. Ja, sehr schönes Trikot. Und dann habe ich noch ein Trikot mitgebracht von dem besten und beliebtesten Verein Münchens. Ihr wisst, um wen es sich da handelt, nämlich hier TSV 1860 München, ja. Auch ein sehr schönes Trikot. Ich spüre ein leichtes Mobbing gegenüber Bayern. Ja, das kannst du interpretieren, wie du willst. Okay, aber ist auch völlig okay, finde ich. Wir haben ein bisschen aus deiner Jugendzeit gehört. Würdest du sagen, das war immer dein Traum, Profifußballer zu werden? Und wenn ja, warum eigentlich? Also was war so das, wo du sagen würdest, das war richtig, da hatte ich Bock drauf, Autogramme geben zu können? Oder was war denn das so? Ja, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Also zum einen war es natürlich eine Leidenschaft. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich war darin begabt. Und was einem einfach so nahe liegt oder einem so viel Spaß macht, wie jetzt mir damals Fußball, das will man einfach auch intensivieren. Das war ein Part. Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass ich gedacht habe, ja, Fußball, das ist immer das so, wofür es sich zu leben lohnt. Da kannst du auch drumherum noch viel Geld verdienen. Kannst dir die Wünsche, die auf deinem Herzen sind, erfüllen. Kannst dir vielleicht mal ein schönes Haus leisten. Vielleicht auch noch schöne Autos dazu. Und bist berühmt, Anerkennung, das waren sicher auch so Dinge, die schon auch immer wieder dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, wow, eines Tages mal Bundesligaspieler zu sein, das lohnt sich. Das möchte ich irgendwann erreichen. Cool. Ich kann mir jetzt so vorstellen, also das gibt einem ja auch, glaube ich, Anerkennung, diese ganze Bestätigung, wenn man da von einem in den nächsten Verein immer steil geht. Ich habe mal nachgeschaut auf Transfermarkt.de, kann man Manuel Bühler eingeben, findet dann Manuel 28, Karriereende. Und du hattest einen Marktwert von 100.000 Euro. Habe aber nie was davon gesehen, deshalb rief mir jetzt nicht mehr so viel weiter. Also immerhin, aber erzähl mal, wie deine Story so weiterging. Also nach der Teenie-Zeit, wo ging es weiter nach Reutlingen? Genau, also ich habe dann verschiedene Angebote gehabt von Bundesligisten und habe mich damals entschieden, nach Nürnberg zu wechseln. Dort bin ich dann mit 16 Jahren hingekommen. Was gab es noch so für Angebote? VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Karlsruhe, 60 München, Freiburg. Okay, dann muss ich jetzt ja nachfragen. Das ist immer so ein spannendes Thema. Du bist Schwabe. Ich bin Schwabe. Das heißt, in Franken spielen ist möglich. Ist möglich. Beim KSC wäre das möglich gewesen. Sehr, sehr schwierig. Das war relativ schnell vom Tisch, aus verschiedenen Gründen. Okay, ja, dann gehen wir einfach weiter. Das ist auch ein polarisierendes Thema. Aber damit wir es mal ausgesprochen haben, es herrscht tatsächlich da so eine gewisse Spannung. Ja, du warst bei Nürnberg. Und dann? Ja, da bin ich dann in die U17 gewechselt. Mit ein Grund war, dass mein Mitspieler in Reutlingen Marvin Plattenhardt heißt, dass ich früh für Nürnberg entschieden hatte. Und das war natürlich ein großer Schritt damals, aus dem Haus auszuziehen und Freundeskreis und alles zu verlassen. Und so war das für mich einfach auch dadurch eine Option, weil er einfach schon nach Nürnberg früh gewechselt ist oder dazu gesagt hat zumindest. Und ich bin dann mitten nach Nürnberg und habe dann dort die Jugendmannschaften durchlaufen bis zur zweiten Mannschaft. Und dann kam irgendwann für mich so der große Moment, als dann Dieter Hecking angerufen hat und gesagt hat, ja, dass ich bei den Profis reinschnuppern darf, da mit ins Training dazukommen darf. Und ja, so ist mein Weg in Nürnberg weiter verlaufen. Wie ist das? Wartet man da immer so? Also rechnet man damit, dass da mal irgendwann dieser Anruf kommt oder war das komplett überraschend? Ja, also ich war natürlich in Nürnberg schon gewissermaßen auch dann im Fokus, dadurch, dass ich gute Leistungen auch gebracht habe und als Talent galt. Und dann schauen die Trainer natürlich von oben auch ab und zu da drauf, wen können sie da mal mit ins Training mit dazunehmen. Wird dann auch honoriert, wenn du gewissermaßen gute Leistungen bringst. Und so, ich habe es jetzt nicht unbedingt direkt so erwartet oder immer so gesagt, jetzt ist langsam Zeit. Aber ich habe schon irgendwie gehofft, dass ich mal die Chance bekomme natürlich, ja. Okay, du hast deine Chance bekommen, bei den Profis erste Mannschaft Nürnberg mitzuspielen. Jetzt, der Klub hat ja immer mal wieder gewechselt. Wo hat er da gerade gespielt? Damals erste Bundesliga sogar, ja. Okay, und wie war das dann? Hast du dann Bundesliga gespielt oder wie lief das? Ja, also ich durfte, wie gesagt, beim Training mitmachen, eine Woche lang mit den ganzen Spielern, die ich eigentlich nur aus dem Fernseher kannte, so große Vorbilder für mich eigentlich immer waren. Und dann stand ich mit denen auf dem Platz und das war eine tolle Erfahrung. Ich habe auch gemerkt, dass Bundesliga wirklich auch nochmal ein großer Schritt ist von Regionalliga da nach oben. Man merkt da Unterschiede auf jeden Fall. Und ja, ich habe dann am Ende der Woche ein Spiel machen dürfen. Das war auf der einen Seite natürlich eine coole Sache mit den Spielern, dann endlich mal auch auf dem Platz zu stehen, ja. Aber ich habe dann dort auch eine Erfahrung gemacht, die nicht so schön war. Ja, das heißt, du wurdest nur drei Minuten eingewechselt oder was ist passiert? Ja, das heißt, ich durfte sogar von Anfang an spielen gegen den tschechischen Erstligisten in einem Testspiel. Aber mir ist ein großer Bock unterlaufen. Ich habe da einen Pass zu kurz zum Torwart zurückgespielt und der Stürmer hatten sich geschnappt und reingeschossen. Und dann stand ich erst mal da mit 18 Jahren und habe mir überlegt, oh weh, was mache ich denn hier nur? Und das war natürlich ein schwerer Schlag dann damals für mich persönlich, weil es auch dann dazu geführt hat, dass halt, wie es im Fußball ist, wenn du leistest, dann bist du was. Wenn du funktionierst, dann ist alles gut, dann bekommst du die Chance. Aber bei mir war halt mit diesem Fehler dadurch so, dass eine Türe zugegangen ist, nämlich, dass man nicht längerfristig mit mir bei den Profis halt geplant hat. Und ich dadurch am Ende der Saison auch einen neuen Verein suchen sollte, musste. Das heißt, um es nochmal kurz klar zu kriegen, alles ging eigentlich immer steil nach oben. Du warst, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar Kapitän der zweiten Mannschaft oder U17-Mannschaft damals. Du warst auch sogar im Kader oder im erweiterten Kader der Nationalmannschaft U17. Und jetzt ein Profispiel, ein Fehler und das war es, oder? Ja, ich habe schon gemerkt damals, dass es wahrscheinlich für mich auch noch ein bisschen früh war. Mit 18 der Entwicklungsschritt schon noch gut getan hätte, länger noch ein bisschen zu warten. Aber ja, damals war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, auf dem Niveau werden halt auch Fehler eiskalt bestraft. Und ja, wie gesagt, dann sind andere da, die auch auf ihre Chance warten. Und wenn du sie halt in dem Moment, wo du die Chance bekommst, nicht nutzt, dann ist halt der Nächste dann am Start. Und so war es dann für mich damals auch. Dann wurde ich wieder zurückgestuft. Und dann am Ende war die Perspektive einfach da nicht mehr so gegeben, auch von Profitrainerseite her, auch in Verbindung mit den Erfahrungen, die sie da mit mir gemacht haben. Krasses Ding mit Leistungsdruck. Ich glaube, die meisten kennen es jetzt nicht so vom Profisport, aber halt in der Schule. Gute Noten, boom, geht ab. Und dann aber auch, aber krass, keine zweite Chance bekommen. Wenn man dich mit 14 gefragt hätte, was willst du mit 30 Mal erreicht haben? Was hättest du damals gesagt? Was wäre so das, wofür es dich zu leben lohnt? Genau das, was ich auch gemacht habe. Also ich wollte immer Bundesligaspieler werden. Was wäre dein Traumverein gewesen so? Also damals Schalke 04. Ich bin wirklich von Jugend an Schalke-Fan. Aber da könntest du jetzt heute wieder einsteigen. Das hat hoffentlich keiner gehört. Ja, der war gut. Okay. Okay, Schalke hat nicht geklappt, aber jetzt kommt ihr wieder an die Reihe. Einfach eine kleine Runde. Wenn du heute überlegst, was willst du mit 30 Mal erreicht haben? Was ist das, für was dich zu leben lohnt vielleicht? Wo du manchem Druck vielleicht auch rausgesetzt wirst, aber was wären deine Wünsche, deine Ziele, was du erreichen willst? Redet das mal in eurer kleinen Gruppe und dann sehen wir uns gleich wieder. Keine Ahnung, was ihr gesagt habt, ob die Frage auch zu krass war. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn ich, glaube ich, in eurem Alter hätte sagen müssen, was mit 30 war wirklich schwierig. Hatte nicht so die ganz krassen, klaren Ziele. Du hattest ein klares, krasses Ziel. Und wenn man Fußballprofi werden will, muss man auch auf vieles verzichten. Was hast du für Einschränkungen auf dich genommen? War besondere Ernährung oder Zeit? Was hast du für Einschränkungen auf dich genommen, damit du dein Ziel verfolgen konntest? Ja, natürlich einiges. Es war zum Beispiel so, dass wenn jetzt die Freunde Freitagabends noch weggegangen sind oder so, ich eigentlich nie mitkommen konnte, weil Samstag früh ein Spiel war. Oder wie ich auch vorher schon gesagt habe, mit 16 eben der Schritt von zu Hause weg, mein Umfeld zu verlassen, meine Familie, meine Freunde, Schulklasse und so. Das war einfach Sportinternat, oder? Das war ein Sportinternat in Nürnberg dann, genau. Okay, also einiges weg von dir. Ja, und das waren eben so Dinge, die ich gerne manchmal auch gemacht hätte. Es war manchmal schon schade, wenn dann die Freunde sich alle getroffen haben und man dann eben nicht dazukommen konnte. Aber da Fußball eben für mich so der Lebensmittelpunkt und auch das Ziel in meinem Leben war, das ganz klar für mich gesetzt war, habe ich das natürlich auch in Kauf genommen. Okay, also irgendwie verzichten, aber jetzt nicht in erster Linie riesig leiden, weil man hat ja auch ein Ziel und man kann ja nicht alles mitnehmen. Genau. Jetzt würdest du heute was anderes sagen, wofür es sich zu leben lohnt. Was würdest du, wenn man es kurz und knapp zusammenfassen will und dann können wir das gerne nochmal genauer angucken, was würdest du sagen, für was lohnt es sich eigentlich zu leben, wenn es Fußball nicht ist? Ja, ich habe damals in meiner Zeit in Nürnberg Jesus kennenlernen dürfen und das hat mir eine neue Perspektive geschenkt. Das hat mich grundlegend verändert und das ist so wirklich das, wo ich heute sage, bis heute, dafür lohnt es sich zu leben. Dann erzähl uns doch einfach mal deine Story, wie kommt es, dass du mit Jesus unterwegs bist, dass du mit ihm lebst, hast du wegen ihm Fußball aufgehört? Nee, das nicht. Aber es war tatsächlich so, dass ich von klein auf eigentlich von Jesus gehört habe. Meine Eltern sind gläubig, haben mich immer wieder auch mitgenommen in Gottesdienst, mich in die Jungschar geschickt und solche Geschichten. Aber das war für mich eben nie was Persönliches. Ich habe es immer nur gemacht, damit mein Vater sozusagen wieder für eine Woche zufrieden war und habe da parallel dazu einfach nur dieses Anliegen gehabt, dass ich Fußballer werden will. Und Glaube und Fußball hat für mich irgendwie da nie so zusammengepasst. Und dann, als ich von zu Hause ausgezogen bin, nach Nürnberg gekommen bin, war dieses Thema auch komplett erledigt. Ich habe keinen Bibel mehr gelesen, keinen Kontakt mehr in christliche Kreise so wirklich reingehabt, außer wenn ich vielleicht mal daheim war und auch nicht gebetet. Und dann ist aber eines Tages eine Begegnung passiert mit einem Mann, der mich nach dem Spiel angesprochen hat, ein Sportmissionar von Sportler ruft Sportler, die mein Leben grundlegend verändert hat. Der ist einfach auf dich zugekommen, hat gesagt, oder wie war das? Es war tatsächlich so, dass er einfach auf mich zukam. Ich kam aus der Kabine raus nach dem Duschen, mich angesprochen hat, sich vorgestellt hat, dass er von Sportler ruft Sportler ist. Und ich habe so natürlich gedacht, okay, Sportler ruft Sportler, habe ich schon mal gehört. Meine Mutter, schlau wie sie ist, hat früher mal aus so einer Kickerbibel hier vorgelesen. Da sind Berichte drin von gläubigen Sportlern und sie hat gedacht, okay, der hört nie zu, wenn es um Glauben geht. Aber wenn die Fußballer, die er cool findet, davon erzählen, dann hört er vielleicht hin. Und so habe ich das schon mal gehört gehabt und habe damit auch nichts Schlechtes damit verbunden. Dazu bin ich Schwabe und bei Essenseinladungen, da lehnt man das. Er hat mich eingeladen zum Essen an dem Abend, da lehnt man das nicht ab. Und so bin ich dann mit ihm bei einem Italiener auf der Klubanlage vom 1. FC Nürnberg gelandet und wir haben über Jesus gesprochen. Er hat mir erzählt, wie Sport und Glaube für ihn zusammenhängt. Das kannte ich so nicht. Und natürlich auch, was Jesus so für mich getan hat. Und obwohl ich die Botschaft schon oft eigentlich gehört habe, hat es an dem Abend was mit mir gemacht. Und mir ist klar geworden, dass es um eine persönliche Botschaft geht, um diese Frage, wer Jesus eigentlich wirklich war. Und mir ist klar geworden, wenn er der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann gibt es keine wichtige Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen kann. Und so habe ich das Gefühl gehabt einfach, dass er so an mein Herz klopft an dem Abend. Und dass diese Botschaft, obwohl ich sie vorher oft gehört habe, was mit mir zu tun hat. Und das hat dein Leben voll verändert oder Fußball voll verändert oder wie war das? Oder hast du ein Gebet gesprochen oder an dem Abend hast du dein Leben mit Jesus festgemacht? Wie war das? Ja, also ich bin nach diesem Gespräch nach Hause gefahren worden von ihm. Bin in mein Zimmer gegangen und mein Zimmerkollege in Nürnberg, der war damals nicht zu Hause. Und so habe ich etwas gemacht, was ich davor eigentlich noch nie so persönlich gemacht habe. Aus eigenem Suchen heraus mich an Jesus gewendet. Ich kannte das von früher, ab und zu mein Gebet gesprochen vor dem Essen oder vor dem Schlafen gehen mit der Mutter. Aber da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ja Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ich bin auf meine Knie gegangen, dann will ich dich kennenlernen. Dann komm in mein Leben rein. Und er hat wirklich das Gebet gehört, hat angefangen dadurch, mir eine riesen Sehnsucht ins Herz zu legen, mehr über ihn zu erfahren. Und das habe ich dann gemacht, indem ich so eine Bibel einfach angefangen habe zu lesen, aufzuschlagen und zu schauen, was hat Jesus gesagt, was hat er getan. Und nach und nach wurde dadurch mein Leben verändert. Meine Perspektive auf den Sport sind andere Dinge wichtiger geworden und in den Fokus gerückt. Und so habe ich Jesus kennengelernt, Schritt für Schritt. Cool, ich danke dir sehr für das offene Erzählen. Und ich mag das euch sagen, auch ganz persönlich, hey, wenn du jemand bist, der vielleicht auch schon ganz viel von Jesus weiß und der schon oft das gehört hat, aber manchmal gibt es diese Momente, wo es einen im Herz trifft und wo man merkt, hey, jetzt muss ich einen Schritt auf Jesus zu gehen. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und wenn so ein Moment ist, vielleicht heute oder egal wann er ist, dann wünsche ich dir den Mut, dass du da auch einen Knopf dran machst. Man muss das nicht irgendwie professionell sonst wie machen. Ich habe es mit Manuel Götter einfach mit Jesus geredet und es festgemacht. Und wäre mein Wunsch, dass jeder von euch das auch sagen kann, hey, meine Beziehung zu Jesus, die ist geklärt. Ja, jetzt haben wir vorhin schon gehört, du hast ein Leben mit Jesus begonnen. Deswegen, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass du aufgehört hast mit Fußball und trotzdem hast du aufgehört mit Fußball. Warum? Ja, das war ja ein paar Jahre später erst. Also ich bin mit 18 zum Glauben gekommen. Das war dann in dieser Zeit, wo ich diese Begegnung mit dem Sportmissionar hatte. Ah, da gab es mal einen anderen Verein, da gab es den mit dem Löwe. Münchens große Liebe, genau. Ich bin noch dann zum TSV 1860 München gewechselt, habe dort noch drei Jahre gespielt, durfte da auch pendeln zwischen Profis und zweiter Mannschaft, wo ich dann Kapitän war und auch regelmäßig Erfahrungen gesammelt, dann in Verbindung vor allem Training und Testspielen jetzt mit der zweiten Bundesliga-Mannschaft und hatte da echt eine gute Zeit. Cool. Und dann aber doch aufgehört mit 23. Ja, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass einfach auf dem Level nicht mehr weitergeht. Viele Verletzungen gehabt und dann irgendwann war das mehr oder weniger so, ja, für mich klar, dass es auf dem Niveau nicht weitergeht, dass mir da eine Grenze gesetzt ist. Und es waren mehrere Verletzungen, es war jetzt nicht eine Verletzung, die so mich klar rausgehauen hat, sondern es war eher die Summe, dass ich gemerkt habe, ja, ständig im roten Bereich ist es ein bisschen so ein Schleifen und irgendwie läuft es nicht mehr so rund oder nicht mehr so, wie er hofft. Was hat es mit deiner Beziehung zu Gott gemacht? Ist das Wut, ist das Frust, ist das Enttäuschung oder nö, jetzt geht es halt weiter? Nein, es war alles dabei, alles, was du gerade gesagt hast. Also ich war natürlich im ersten Moment sehr enttäuscht. Und es war auch ein langer Prozess, bis ich die Entscheidung so auch treffen konnte, weil, wie gesagt, für mich gab es immer nur Fußball. Und dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt was anderes oder da geht es nicht weiter und nicht so zu wissen, okay, was machst du dann eigentlich? Das war für mich natürlich sehr schwierig. Und der Frust war groß, auch ein bisschen Wut dabei, das Hadern oder einfach das Ringen damit nicht zu verstehen, warum das jetzt so passieren muss. Und ja, trotzdem hat Gott das Ganze geführt und mich da durchgetragen. Und da ist dann auch was deutlich geworden für mich, was ich lange vorher in dieser Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, schon von Seroberto einfach gehört habe, dass es eben mehr gibt im Leben als nur jetzt Fußball spielen. Und dieses Fundament, von dem er immer gesprochen hat, das war dann auch für mich wirklich in dieser Phase tragfähig. Sag mal kurz für die Leute, wer Seroberto ist. Es war mein großes Idol. Und wo hast du ihn kennengelernt? Genau, es war mein großes Idol. Brasilianer Nationalspieler, bei Real Madrid gespielt, bei Bayern München unter anderem. Und ich durfte ihn mit 18 Jahren dann gerade in der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, kennenlernen. Und zwar auf einem Sportlergottesdienst. Da waren verschiedene Spieler von Dortmund, von Schalke zusammengesessen in einem Hotel. Und Seroberto war der Prediger. Und ich kam gerade dort so mit dazu als Spieler, der bei den Profis bei Nürnberg reinschnuppern durfte und so gedacht hat, okay, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen, wo ich immer hin wollte. Und dann steht eben dieser Seroberto da vorne auf, fängt an zu predigen und sagt zu diesen Spielern, ihr könnt euch alles leisten, was euch auf dem Herzen liegt, was euer Herz begehrt. Ihr könnt euch alles holen, was diese Welt anbietet. Aber seid ihr wirklich glücklich? Und hat davon gesprochen, dass wir ohne was in diese Welt gekommen sind und dass wir auch ohne was wieder gehen müssen. und hat angeknüpft mit diesem Wort von Jesus in Matthäus 16, 26. Was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber wenn deine Seele verloren geht? Das heißt, wenn die Beziehung zwischen dir und Gott nicht wieder in Ordnung kommt. Und ich saß damals da, habe immer gedacht, wow, so will ich werden wie der Seroberto. Der hat alles, der hat die Welt gewonnen. Und dann von ihm das zu hören, dass es eben mehr gibt und dass diese Dinge vergänglich sind und dass es wirklich darauf ankommt, wie meine Beziehung zu Jesus ist. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und auch die Spieler, die da saßen, einige mit Tränen in den Augen, Bundesliga-Stars, die ich auch von klein auf nur aus dem Fernsehen kannte. Und das war wirklich so ein prägender Moment für mich. Und eben dann in dieser Phase, in meinem Karriereende, wurde das für mich selber ganz praktisch. Wo ich gemerkt habe, okay, dass irgendwann die Dinge, die aus der Hand gleiten, auf die du hier in dieser Welt baust, das ist ein normaler Prozess. Und das Karriereende wäre irgendwann sowieso gekommen. Ob es jetzt mit 23 ist, was natürlich schade ist, dass es so früh war. Oder halt mit 35 eben. Und in dieser Phase hat mich genau das durchgetragen, dass ich gemerkt habe, ja, Jesus bietet mir was an, das bleibt. Und zwar für alle Zeit. Und es nicht vergeht. Und so habe ich immer wieder darin Trost gefunden. Das finde ich stark, dass du jetzt auch gerade eigentlich ja genauso eine Aufgabe erfüllen kannst, wie sich Roberto damals, dass du jetzt deine Erfahrung aus dem Profifußball teilen kannst mit Profifußballern und genau das weitergeben kannst. Ihr habt manches jetzt gehört über die Höhen, über die Tiefen aus dem Leben von Manuel. Ihr habt einiges gehört über Leistungsdruck, über die Anerkennung, die man bekommt, wenn man Leistung abliefert, aber auch um die Grenzen. Und er hat irgendwie gesagt, das, für was es sich zu leben lohnt, das ist für ihn, das kann keine Sache sein, außer Jesus, weil alles andere irgendwie kaputt geht. Und ich mag euch nochmal in die Gruppe schicken und einfach denkt mal kurz über diese Frage nach und tauscht euch mal eine Runde darüber aus. Hey, für was würdest du sagen, lohnt es sich zu leben? Und vielleicht ist, ihr müsst auch gar keine frommen Antworten bringen. Sagt euch die Sachen, Manuel hätte mit Sicherheit damals nicht Jesus gesagt, sondern hätte Fußball gesagt. Aber für was lohnt es sich zu leben? Und wo sind vielleicht auch die Grenzen von diesem Fundament, für was es sich zu leben lohnt? Und wenn die Frage alles zu schwierig ist, dann, hey, komm doch einfach mal ins Gespräch über die Aussagen, wo Manuel gesagt hat, und für mich lohnt es sich, dafür zu leben. Und ich glaube, das ist tragfähig. Für was lohnt es sich zu leben? Danke, Manuel, für alles, was du an Einblicke so gegeben hast in dein Leben, als Profisportler, aber auch als Mensch, der voll mit Jesus unterwegs ist und sagt, für ihn lohnt es sich zu leben. Sag uns doch zum Schluss einfach ein Abschlussgedanke, wo du sagst, hey, das ist mir wichtig, dass das keiner hier vergisst, der das jetzt gehört hat. Ja, also ich bin losgegangen mit diesem großen Ziel, Profifußballer zu werden, weil ich immer gedacht habe, dafür lohnt es sich zu leben, kann aber heute sagen, dass ich etwas Größeres gefunden habe, das ich eigentlich nicht gesucht habe. Und deshalb kann ich auch sagen, auch wenn natürlich die Fußballkarriere mit ein paar Enttäuschungen auch vor allem das Ende verbunden war, dass ich alles gewonnen habe durch den Fußball, weil es nicht mehr zu gewinnen gibt als Jesus. Und ihn dürfte ich in und durch den Fußball kennenlernen. Und das möchte ich auch dir mitgeben, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass das, was Jesus für uns gemacht hat, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wenn man das versteht, was das persönlich für einen bedeutet, dass es nichts Größeres gibt. Und das wünsche ich euch. Gottes Segen. Und wir wollen dir zum Schluss einfach noch Zeit geben, es waren viele Gedanken jetzt so dabei, manches habt ihr gesprochen, dass du persönlich einfach noch einen kurzen Moment hast. Es läuft ein bisschen Musik im Hintergrund. Und was ist dir von heute wichtig? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt mir aufschreiben, das will ich mir festmachen? Oder ich will jetzt ein Gebet sprechen und mit Jesus einfach das besprechen, was dir wichtig ist. Damit es gleich konkret wird, ein kurzer Moment für jeden Einzelnen persönlich. Ihr könnt es einfach weiterlaufen lassen, braucht nicht auf Stopp. Dein Moment für dich und mit Jesus. 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 Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du der größte Schatz bist, den ein Mensch finden kann. Ich danke dir dafür, dass ich das erleben durfte. Du siehst all die jungen Menschen, die das hören, die vielleicht auch in Bezug auf ihr eigenes Leben zum Nachdenken kommen darüber. Und ich bete, dass du ihnen begegnest, dass sie verstehen dürfen, wie groß dieser Schatz ist, was du für sie getan hast. Dich zu haben, dich zu haben, ist das Beste, was es gibt. Bitte segne jeden Einzelnen auf ihrem weiteren Weg her und lass uns das immer mehr erkennen. Amen. Vielen Dank, Manuel. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen guten Teamkreis, eine gute Zeit zusammen und auch mit Jesus eine gute Zeit. Ciao.